Hey, heute ist wieder Mittwoch. Ich bin Finn und Thema der Woche ist Liebe und Sex. Ja, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle wissen, habe ich eine Freundin seit einem Jahr. 5 Monaten, wenn das stimmt, ich hoffe, ähm, und, ja, mir macht ja auch glücklich und so. Ähm, sie wohnen auch hier und, also, sie wohnen zusammen. Ähm, ja, was soll ich zur Liebe sagen? Ähm, ja, also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also, passiert einfach, wenn man sich Schali verliebt, man sich an und ist halt bei ihr auch so passiert, obwohl ich noch meine Ex-Freundin hatte und, ja, mit der war dann Schluss und hab dann mit meiner jetzigen Freundin eine Beziehung angefangen. Im November 2014. Ähm, ja, und Sex. Ja, ich hab auch mit der Sex, aber ich wollte euch jetzt, nicht so unbedingt sagen, wie und, ähm, ja, keine Ahnung, also, ich benutze dafür ein Pecker und, ja, klappt eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, wie wir das so anstellen, äh, verrate ich euch jetzt nicht so, weil, ja, macht wahrscheinlich jeder andere auch so und, ja, ja, also, ja, keine Ahnung, ist nicht so ganz so mein Thema. Ähm, ja, dann bis nächste Woche. Okay. 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 Okay.